Hallo und herzlich willkommen bei Superbob's Supershop. Mein Name ist Superbob und das ist meine Partnerin Kate. Hi! Auch heute haben wir wieder ein außergewöhnliches Produkt für Sie. Hin und wieder ist uns alle nach Veränderung zumute. Und vielleicht möchten wir sogar umziehen. Nun gilt zu erkennen, wo die kosmischen Energien gebündelt auftreten und zu erfahren, wo wir uns wohlfühlen. Um dieses Problem zu lösen, haben wir jetzt dieses neue Produkt für Sie. Die Laylinienbrille. Setzen Sie sie einfach auf und sofort werden Sie die sanften Schwingungen wahrnehmen können. Mittels einzigartiger Schleiftechnik sind die Gläser dieser Brille in eine spezielle Form gebracht, um es dem Tragenden zu ermöglichen, dezente Laylinien zu entdecken und mächtige Knotenpunkte zu identifizieren. Viele Kunden haben bereits erfolgreich die unterirdischen Energieströme mit Hilfe der Brille entdeckt und sich zunutze gemacht. Lauren aus Oklahoma sagt beispielsweise, dass sie durch die Brille ein neues Haus gefunden hat, das auf einer Dreierkreuzung mächtiger Laylinie liegt und sie nun jeden Morgen durch den sanften Klang des Welpenlis geweckt wird. Und Dominik aus New Mexico hat durch die kraftvollen Ströme herausgefunden, dass sein Essen nun viel schneller zubeweitet wird, weil seine Küchengeräte mehr Energie haben. Da wünschen wir Ihnen natürlich guten Appetit. Auf jeden Fall, aber nutzen Sie den Macht der Linien nur für das Gute. Bis zum nächsten Mal.